Hey, Kinders! Was geht denn bei euch ab? Inferno, competitive, mhm. Willst du mich voll gut? Pass auf, schaut mein Fadenkreuz. Danke, Mörder. Ich weiß, Leute, ihr habt mir viele, zwei oder drei von euch haben mir diese Map geschickt. Vielen Dank auch nochmal an euch, aber ich hab einfach, ich hab's verhuddelt, kurz gesagt, ja. Also, der Dittler, hm. Also hat mir einfach Mörder, mir die Konsolencommands dafür geschickt. War natürlich veraltet und kannte nur die uralten Dinger, also, na, nicht uralt, aber die von so aus eben mit CL Crosshair Scale und so weiter. Aber das zählt wohl nicht, ist jetzt Crosshair Size oder sowas, wer soll das auch wissen. Scheiße, ich hab meine Waffe weggeschmissen, nicht Dummkopf. Shit. Move, my friends. Ich sprech jetzt auch viel mehr mit den Leuten, weil ich nämlich voll cool geworden bin und gar nicht mehr so viel Angst hab. Ich hab nicht so viele Berührungsängste. Oh, wow. Bro. Oh, fuck, man, schon wieder verkauft. Verdammte Scheiße. Wenn ich mich nicht auf meinen Beißclub verlassen kann, bin ich so ein Hurensohn. Ich kauf mal eben ne Flash, aber, hm, hm, hm. Oh, you're shitting me, dude. This guy's so fucking sketchy, dude. Oh, but I don't know. 80. Oh. Whatever, 3rd Rund, time to buy. Aber es ist auch scheiße, wenn ihr hin und her lauft. Das darf man eigentlich gar nicht. Man muss stehen bleiben. Man muss seinen Kopf so hinhalten, so, bitte Killer, erschieß mich. Wenn man das nicht macht, ist man dumm. Wir können go A, das ist 2 A-Picks. Middle. 3 A-Picks. Aber wir sind zu gut, um Fick zu werden, weh? Wir sind nämlich zu gut. Obwohl ich in der Runde nichts gemacht habe, aber wir sind zu gut. Guck mal, ich bin ganz unten. So gehen wir. Alter, ich hab ihm 81 gegeben wieder. Jetzt, ich smoke da mal. Zwei laufen so zur Seite und er kommt einfach aus dem Smoke raus. Gutscher Bitch! Da hätte ich jetzt gerne eine P90 gehabt. Viel lieber wie die AK-Aber. Naja. Naja. Weißt du was? Ich hab's zuerst gesehen. Lügner. Sneaky fucker. Oh. On spot B. Er wird sogar angeschossen. Ich lauf das rum. Lala. Boah. Leute, ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Ah, fuck. Nein. Ich dachte noch, geil, jetzt AC ist alle weg mit AWP. Aber schon dieses hinter dieser Säule hin und her laufen und gehintet werden hat mir gezeigt, dass das nicht funktionieren wird. Ah, on spot. Ah, orange. Das Gesicht. Okay. Also, 15. 15. Übelst gut. Übelst gut. Ich glaube, es hat niemand mehr als 1,5 da stehen. Nie mehr. Er ist schon durch, dieser Pisser. Will. Es geht doch, oder? Ein bisschen gepimmelt. Ein bisschen. Ich hab schon vier Kills gemacht. Vier. Aber ich hab noch keinen Stern. Toll. Heißt das da oben eigentlich immer noch Teppich, so wie früher? Oder heißt das jetzt Apartments oder sowas? Ich will immer noch hochgehen. Ich will über den Laster nach oben gehen. Und früher ist das immer Teppich, da wo der Hund bellt. Aber so wie ich euch kenne, heißt das jetzt irgendwie anders. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Lollipop. F-f-f-f-fock-fock-fock-fock-fock-fock-fock. Oder so. Hier mit euren neuen modischen Ausdrücken. I don't think anything's B. Apartments. Let's go. Pull back there. A side. Green. Pull back to the pit. Got me, pit. On site. On site. On site. On site. Shit, ey, wie ich grad veraimt hab. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich. Also Leute, hopp, kommt. Hab ich jetzt nicht das wirklich schön gehandhabt? Ich hab angesagt und bin weggesprungen. Wisst ihr, was ich normalerweise gemacht hätte? Ich wär gestorben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Okay, ey, wie wir abgehen? Hab ich einen zweiten Stern? Natürlich nicht. Ihr habt keinen Bock, mach ich mal raus. www.counterspeckdeinstallieren.com. Das ist ein negativ. 5 minus 6. Das ist ein negativ. Nein, fuck. Apartments last. Alter, wie ich ansag, wie ich eskaliere. Ich hab einen Stern bekommen. Ich bin nämlich... ... und ich bin nämlich der most valuable player. Der ist schon durch. Ah, nee, das bin ich. Ich guck auf den Radar und denk, geil, der Blau ist schon durch. Ich hab das erst nicht verstanden, das Watch Your Ride. Und dann war es... Ich hätte früher hingucken sollen, weil der Links war vercampt. ... Oh Ah What the fuck are you talking about? Oh ja, ich weiß, ich bin da jetzt schon so ein bisschen gut geworden. Ja, ich weiß, komm, aber vor allem nicht zu früh, vielleicht verliere ich ja gleich wieder. Er saß, er war hinter mir! Ich komme zum Ecke, geht auf mich so ein, wie so ein Pro. Und was mache ich? Wie kann man da so kacke sein? Also das war jetzt wieder schwach. Da bin ich wieder zurückgefallen auf meinen Penis an. Den ich eigentlich habe. Ich habe eigentlich Doppelpenis oder zwei überkreuze Schniedel. Das mit den zwei Schwänzen hast du ja mal krass nicht verstanden. Nimm deine Länge mal zwei und du hast meinen ganzen Junge. Aber komm, hopp los. Kannst jetzt endlich wieder beginnen irgendwie und so, hey. 4,94. Bisschen peinlich, oder? Ich weiß, ihr Pros, ihr habt euch wieder nicht hingeduckt und darauf gemacht, ihr habt jetzt so... Da-dam, da-dam gemacht, dann wäre er tot gewesen. Aber ich mache halt lieber... Shit, das ist jetzt aber spannend. Letzter, komm schon. Du kriegst ihn, du kriegst ihn. Lass ihn jetzt einfach reinlaufen. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Leute, Leute. Leute, richten ihren Blick ans Firmament. Es ist verschissener Regen. Es geht bergab mit dem roten Planeten. Oh, man. Ja, Hatscha, Bitch. Nein! Die AWP, komm, geht's zur Seite. Geh mal weg, ich muss kurz den Killer machen. Foto-Huch und so, weißt du, ey? Das hätte voll die coole Hunde werben können, aber nein. Er hat schon vier Kills gemacht. Shit. Ich denke, wir haben einen Schmerz. Aber hey. Waaaah! Die schönste B und helf. Ich warte doch helfen! Aber wisst ihr, was meine erste Intention war, als es um die Ecke kam und B gesehen habe? Ich wollte eine Nate werfen. Eine HE. Direkt dahin, wo er kommt. Es hätte ihn wahrscheinlich nicht erwischt. Also, getroffen. Aber ich wäre da nackt gestanden. So, ich hätte es wahrscheinlich gerade weggebrochen. Er kommt um die Ecke. Zino, Zino, du schaffst es. Guck mal, sein Gesicht. Alter! Sein Gesicht! Oh, schade! Es waren noch zwei! Aber sein Gesicht war schon ziemlich gut. Also, das hätte er eigentlich schaffen können. Alter! Wir haben die Pistol-Runde richtig geil. Ich meine, ich habe es doch nicht zu weit gemacht. Sie haben die Pistol-Runde geholt, nicht ich. Es ist echt unglaublich, was so ein Rush halt auch ausmachen kann, ne? Die anderen haben voll gekauft, nehme ich an. Es waren ja viele AKs da gelegen und sogar ein AWP oder zwei. Und trotzdem, trotzdem werden sie gefickt. Es ist einfach dieser Zauber in diesen Pistol-Round-Rush. Hoffentlich kommen sie Apartments. Haben da richtig geile Arbe stehen. Ja. Komm. Fuck! Ich weiß, ich habe den einen gut geholt. Ich weiß, weil ich ihn gehört habe, wo auf dem scheiß Heu war. Aber, dass da unten dann die Abo falsche Mitte stehen muss, dass sie auch wirklich... Wie sagen die? Also alte Mitte. Dass sie da wirklich stehen muss und mich fickt. Warum könnt ihr nicht einfach... Warum könnt ihr nicht bei T-Stars stehen? Warum nicht? Okay, ich bin zwar letzter. Aber ich hab jetzt den Kissen zwölf Sterne. Ich habe Kischt. Ich habe Kischt. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.